Herzlich Willkommen zu Ihrer ersten Paartherapie-Sitzung, aber bevor wir starten, erklären Sie doch, wo drückt denn der Schuh? Es fing an vor vier Jahren, schaute mir den 20 Euro CPU-Killer an, brauchte neuen PC, ich kaufte es auf Ebay, alle Komponenten waren alt, aber günstig ja ey, doch nach drei Jahren kamen die Fehler an, konnte nicht mehr richtig arbeiten, alle spackte und ich holte dich darauf ran. Von einem Kumpel spendiert, sagt der Fahrcrawler, flieg geschmiert, wechselt das Mainboard aus und dachte, mein Problem ist repariert, oh nein, doch ich täuschte mich schnell, denn Phantom 1090T für Streamen ist echt nicht das Modell, kein Cyberpunk lief, das Schnittprogramm misschlief, da brachten meine 28GB RAM nicht viel. Ich hatte für dich extra 600 Wattzahl geholt, mit Geforce 1060 war anscheinend nicht genug, ich spür langsam, die 500 GB brachte nicht viel, ich muss leider sagen, unsere Beziehung läuft nicht stabil. Pick mein PC von Hardware Deals Und dann läuft's stabil Pick mein PC Pick mein PC Und dann läuft's stabil Okay, so einen Fall hatten wir bis jetzt noch nicht, ich muss das mal meine Kollegen fragen und dann sehen wir weiter.